Ich sah eure Quali und konnte mir das nur zweimal geben Wie kann man in zwei Parts bitte so viel Scheiße reden Werft nur deinen Part mit paar ausgelutschten Doppelreihen Marc denkt sich so, mach ich einfach nochmal ein Marc und diese Mef haben nur eine Art auf dem Beat zu flow Nicht langweilig zu rappen, ist auch einfach zu viel Risiko Kann dieser Marc sein, bitte mal den Rand zu machen Oder nehmt ihm jemand mal die Nüsse aus den Hamsterwacken Nein, und schreibt doch mal nen Part, der auch reinknallt Der dreht in der Ruine, denn eure Texte sind steinalt Die Quali war echt klasse, also so zum Lachen Wenn Marc sagt, er trägt nur noch Versace In seinem Haar und dem Pullover, ey, was labert dieser Faggot Die Designer-Kleidung war da wohl gerade in der Wäsche Mef sieht mit der Brille wie ein Blinder aus Und Marc, hier hat die Voice-Range von Mickey Mouse Bei mir sind alle Partsbänger, ihr seid Franco, viele Saarländer Die sich anziehen wie zwei Parkpenner Denn wenn dein Kollege von Versace rappt Dann sollte man sich nicht kleiden wie ein Heftpflaster Mef Jesus, der Beste in diesem Turnier Ihr habt bis auf die Haare nicht viel zu verlieren Er schreibt die meisten Doppelreime ohne was zu sagen Mef und dieser mag sein, hebe schnell die Arme Jesus, der Beste in diesem Turnier Ihr habt bis auf die Haare nicht viel zu verlieren Ich steh vor der Tür, Mef fragt, ich hab bist du es? Ich drücke auf Freeze und der Wicker wird zu Crystal Mef Witzig, dass Marc mich vor paar Monaten nach nem Feature fragt Und abspringt, weil der Track ihm zu viel Tiefgang hat Und außerdem, dass ihm der Beat nicht taugt Doch den hat Mef gebaut, von eurem Style her ist das, was ihr macht Nicht übelst, der Studenten-Rap und ihr seht aus, ob ihr zwei im hundertsten Semester schlägt Was labert ihr für Müll? Bitte nehmt die Quali raus, Plutonium im Rucksack Deshalb seht ihr wie Mutanten aus Unter euren Videos Kommentare Doch die Hälfte kommt von Blacktro oder MG Ey, mehr brauch ich nicht zu sagen Das beweist, dass keinen eure Scheiße juckt Und eure crew nur notgedrungen Eure schwache Leistung pusht Unter uns Blacktro und der MG sind ganz cool Mag sein und Mef sind die Schlechsten in der Crew Wo sind eure Skills? Wo sind eure Skills? Ich würde mal fast tippen hinterm Handschuhfach links Jesus, der Beste in diesem Turnier Ihr habt bis auf die Haare nicht viel zu verlieren Beschreibt die meisten Doppelreime ohne was zu sagen Mef und dieser Mag sein heben schnell die Arme Jesus, der Beste in diesem Turnier Ihr habt bis auf die Haare nicht viel zu verlieren Ich steh vor der Tür Mef, praktiker bist du es? Ich drück auf Weez und der Wigger wird zu Crystal Meth